So, servus. Heute dichten wir eine Armatur auf. Eine Halbzeit-Außenarmatur für Gartenwasser für Aufputz. Das läuft folgendes. Wir brauchen einmal Seegplatz, Locktite. Locktite ist ein Gewindedichtfaden und einmal wieder geflext. So, zu allererstes rauben wir natürlich wieder das Gewinde auf, wie beim Hanf auch. Immer schön gescheit aufrauben. Wenn man mit den Fingern umgeht, muss es richtig rau sein. Danach nehmen wir den Gewindedichtfaden, das Locktite, setzen es an, halten es fest wie beim Hanf und gehen auch von Gewinde zu Gewinde. Ich nehme mal zwei, umso besser ist es. Bis wieder ganz hoch, außer ein bis anderthalb Gewindgänge und dann hören wir auf. So, das ist jetzt drauf. Jetzt schmieren wir wieder unsere Locherpaste drauf. Die Locherpaste ist nicht nur dafür da, dass das Locktite feucht bleibt und dass es nicht austaugt wird. Dafür ist es da. So, jetzt können wir die Armatur im Garten rein drin, den Kugeln haben.